Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kick-Off zur Kaderanalyse des 1. FC Kaiserslautern. Denn hier und heute blicken wir mal auf die Spieler, die die Lauterer im Sommer ablösefrei abgeben könnten oder vielleicht auch verlieren könnten. Denn wir schauen auf die Akteure, deren Verträge nach der Saison enden. Das sind rein auf dem Papier schon mal 9 Spieler. Damit haben wir einiges zu tun, aber es könnte auch durchaus sein, dass auch die Verträge weiterer Spieler auslaufen. Das ist allerdings nicht öffentlich bekannt, wodurch ich mich hier auf die 9 Spieler fokussiert habe, wo es wirklich klar ist, dass die Verträge am Ende der Saison auslaufen. Und das analysieren wir eben auch heute. Wer verlässt Kaiserslautern im Sommer? Grundsätzlich ist es ja erstmal wichtig zu verstehen, dass der 1. FC Kaiserslautern eine richtig starke Saison spielt. In der 2. Bundesliga oben mit dabei ist und das als Aufsteiger. Und man natürlich damit auch schon für die kommende Saison durchaus auch als Zweitligist planen kann. Legen wir somit los mit der Personalie Kevin Kraus. Der ist ja schon seit 2008, seinem 1. FC Kaiserslautern, kam er damals aus Heidenheim und ist auch in der aktuellen Spielzeit, wie schon zu Drittliga-Zeiten, ein ganz wichtiger Faktor. In 17 Zweitligaspielen stand er auf dem Platz. Mit seinen 30 Jahren ist er sehr erfahren, auch in der 2. Liga. Bringt natürlich nur ordentliche Führungsstärke mit. Und ist für mich auch deswegen jemand, den man auf jeden Fall halten sollte. Natürlich könnte es sein, dass vielleicht auch nochmal andere Vereine aus der 2. Liga an ihm Interesse haben, die vielleicht ein bisschen mehr zahlen würden. Könnte ich mir zumindest grundsätzlich vorstellen. Aber rein sportlich, rein von der Perspektive, vom Umfeld her, ist der FCK meiner Meinung nach die perfekte Option für Kevin Kraus. Die Lauterer selber werden sicherlich auch durchaus verlängern wollen. Das kann ich mir zumindest gut vorstellen. Wenn das Hängen hier auch bald die Vertragsverhandlungen beginnt. Und deswegen ist für mich Kevin Kraus ein klarer Kandidat für eine Vertragsverlängerung. Alles andere würde mich hier durchaus wundern. Mache weiter mit Robin Bormuth, der neben Kraus und Tomiak der dritte Innenverteidiger ist. Und auch durchaus auf eine gute Spielzeit bis hierhin kommt. Der 27-Jährige kam am Ende des vergangenen Sommers des Transferfensters vom SC Paderborn. Obwohl er ja erst im vergangenen Sommer an die Pader gewechselt ist. Aber da hat es in der Vorbereitung schon nicht funktioniert. Lauter hat zugeschlagen und sich damit einen flexiblen Innenverteidiger geholt. Der die letzten Jahre ja schon bei Karlsruhe wie auch bei Düsseldorf reichlich Erfahrung in der Bundesliga oder auch in der 2. Liga gesammelt hat. Und deswegen für mich auch ein Transfer, der wirklich gut war. Auch die ganze Geschichte erst mal per Leihe auszuhandeln. Und natürlich ist aber auch klar, wenn ein Leihvertrag endet, und das ist bei Bormuth der Fall, rutscht er natürlich auch hier mit rein in unser Video. Bormuth ist natürlich erst mal ein Innenverteidiger, der bislang 13 Mal gespielt hat. Und bedingt dadurch, dass er auch als rechter Verteidiger spielen kann, eine interessante Option ist, erst recht für die Kaderbreite. Beim SC Paderborn hat er, wie gesagt, schon in der Vorbereitung keine Rolle gespielt. Es ist ja schon unüblich, dass man direkt einen Spieler abgibt, dem man erst seit ein paar Wochen in einem Vertrag hat. Deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass man beim SCP im Sommer wieder mit ihm plant. Sprich, Bormuth wird sicherlich im Sommer auf den Markt kommen. Sein Vertrag in Paderborn läuft doch dann nur noch ein Jahr. Sprich, er dürfte nicht allzu teuer sein bei einem Marktwert von 650.000 Euro. Trotzdem ist für mich hier die Frage, ob man nicht vielleicht einen ablösefreien Spieler bekommen könnte als Innenverteidiger, der neben Tomiak und Kraus dann fungieren kann, der vielleicht damit einen Ticken günstiger ist, kann ich mir zumindest vorstellen. Aber grundsätzlich bringt Bormuth gute Leistungen und da wird sicherlich auch theoretisches Interesse dran sein, ihn längerfristig zu halten. Daniel Hanslik ist ja ein Offensivspieler in Lautern, den du eigentlich immer wieder reinschmeißen kannst, der offensiv alles spielen kann und bislang in der Liga 16 Mal gespielt hat und drei Tore erzielt hat. In der vergangenen Drittligasaison war er noch auch als Stammspieler ein sehr wichtiger Faktor, hat da 35 Spiele gemacht, sechs Buden erzielt, sieben vorbereitet. Auch in der Vorsaison hatte er zehn Scorer. Also in Liga 3 war der 26-Jährige unglaublich wichtig. In Liga 2 ist er so ein bisschen was wie der Top-Joker. Denn von seinen 16 Spielen war die deutliche Mehrheit immer nur als Einwechselspieler, aber natürlich trotzdem nicht verkehrt, wenn er dann immerhin drei Tore beisteuern konnte. Aber auch hier ist dann so ein bisschen die Frage, würde dann eine weitere Zusammenarbeit noch Sinn ergeben? Denn man hat ja schon Offensivspieler, wie zum Beispiel auch ein Lex Tiger Lobinger, den du immer wieder reinschmeißen kannst, auch noch weitere junge Talente. Und da ist halt so ein bisschen für mich die Frage, sollte man die Kaderbreite auch weiterhin mit Daniel Hanslik besetzen? Vielleicht hat er auch mit seinen 26 Jahren noch den klaren Anspruch zu spielen. Vielleicht ist dort auch ein guter Drittligist, an ihm interessiert. Und ich glaube, hier wäre es gut, einen Cut zu machen. Hanslik hat in Liga 3 unglaublich gut funktioniert, war ein wichtiger Spieler. Das kann er aber so in Liga 2 aktuell nicht zeigen. Deswegen würde ich ihn persönlich abgeben. Und hier vielleicht, wenn ich in der Kaderbreite noch was machen möchte, mich nochmal anderweitig verstärkt mit einem anderen ablösefreien Spieler möglicherweise, der nochmal einen Ticken mehr Qualität mitbringt. Und ich glaube, auch Hanslik wäre dann einer anderen sportlichen Herausforderung nicht zwingend abgeneigt. Ein Spieler, der den Betzenberg zu 99% verlassen wird, und da bin ich mir relativ sicher, ist Mohamed Kiprit. Er ist für mich immer wieder eine spannende Geschichte, weil ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich in meinem Format 5 Transfers für im Frühjahr 2021 Kiprit für Lautern vorgeschlagen habe. Da gab es noch kein Gerücht und im Sommer kam er dann tatsächlich. Das war eine ganz interessante Geschichte. Und somit war er auch schon in der vergangenen Saison mit dabei, wo er lautern in die 2. Liga aufgestiegen ist. Aber auch da war er jetzt nicht dieser wichtige Stürmer. Auch erst recht durch die Verpflichtung damals im Winter von Terrence Boyd, war er nur der Backup und hat am Ende drei Tore erzielt. Seine sportliche Ausgangslage für einen neuen Vertrag ist natürlich auch äußerst ungünstig. In Liga 2 hat er keine einzige Sekunde gespielt, konnte sich damit auch nicht zeigen. Und dann ist für mich auch eigentlich klar, das Kapitel Kiprit und Lautern wird im Sommer nach zwei Jahren enden. Und das ist, glaube ich, auch für alle Beteiligten besser so. Er spielt keine große sportliche Rolle, konnte schon in Liga 3 nicht endgültig überzeugen. Da macht es nur Sinn, dass sich diese Wege im Sommer wieder trennen. Wege, die sich auch trennen könnten, sind die sicherlich von René Klingenburg und dem 1. FC Kaiserslautern. Der Spieler ist ja aus der Schalker Knappenschmiede, hat sich dann so peu a peu hochgearbeitet über Preußen, Münster, Dynamo Dresden und Viktoria Köln. Und ist eben dann auch letztes Jahr mit dem FCK in die 2. Liga aufgestiegen. Wenn man sich dann mal so ein paar Bilder anschaut von dem Dresden-Spiel, kann man sicherlich schon sagen, dass René Klingenburg als Typ jemand ist, den du durchaus in einer Mannschaft gebrauchen kannst. Rein sportlich reicht es aber aktuell nicht für die 2. Liga. Er hat erst ein Spiel gemacht und das war ein ganz, ganz kurzer Einsatz. Im Winter gab es ja bereits Interesse von 1860 München. Die haben sich aber anderweitig verstärkt. Jetzt im Sommer kommt Klingenburg auf den freien Markt und der wird Lautern ablösefrei verlassen. Alles andere würde hier auch keinen Sinn machen. Ein interessanter Spieler für so ein Format ist dann sicherlich auch Jonas Weyand, weil man ihn sicherlich am wenigsten wirklich kennt, auch vom Namen her. Er ist ja aktuell bei Lautern der 4. Keeper hinter Lute, Spahic und Kral. Weyand ist 22 Jahre alt. Ein Eigengewächs stammt aus der bekannten Lauterer-Torhüter-Schmiede, wo ja schon ganz viele tolle Spieler rausgekommen sind und spielt somit dann auch meistens in der 2. Mannschaft in der Oberliga. Und das ist natürlich dann so ein bisschen die Frage, wie groß ist das Talent von Jonas Weyand, wie sieht dort eine mögliche Perspektive aus. Und hier kann ich mir ohne ihn jemals spielen zu sehen, weil ich verfolge halt keine Oberliga, so wirklich kann ich wirklich beurteilen, wie gut Weyand ist. Aber rein vom Profil her und von dem Vertrauen vom FCK in eigene Talente könnte ich mir schon vorstellen, dass man seinen Vertrag nochmal verlängern wird. Vielleicht auch mit einer möglichen Laie dann in der Regionalliga, um ihn einfach auf höherem Niveau Spielpraxis zu geben, um zu sehen, wie er dort funktioniert. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich sehe ihn jetzt nicht in der nächsten Saison im Profi-Team, weil dafür ist man auch einfach auf der Torwartposition zu gut aufgestellt. Ein Avdus Baic hat dann auch nochmal seinen Vertrag verlängert. Deswegen im Profi-Team von Lautern wird es weiterhin schwierig, wenn man aber von ihm überzeugt ist, glaube ich schon hier an eine Vertragsverlängerung und könnte mir dann eine direkte Weiterleihe vorstellen. Dominik Schad ist sicherlich ein Spielertyp, den man durchaus gerne in seiner Mannschaft hat. Denn Thema Außenverteidiger ist immer wieder wichtig, da verschiedene Varianten zu haben. Und wenn du halt dann mit einem Dominik Schad einen Spieler hast, der links sowie rechts verteidigen kann und auf den du dich durchaus verlassen kannst, ist das nicht verkehrt. Aber weil man sich eben auch auf dieser Position unter anderem mit Erik Durm im vergangenen Sommer wirklich gut verstärkt hat, spielt Dominik Schad nicht mehr eine allzu große Rolle. In Liga 3 war er ja immer sehr nah dran an der ersten Elf. In Liga 2 hat er bislang nur fünfmal gespielt. Und das ist natürlich schon sehr, sehr wenig. Und Dominik Schad ist natürlich mit seinen 25 Jahren ein Spieler, der sicherlich vor allem auch für einen Drittligisten extrem interessant sein könnte im nächsten Sommer. Und deswegen kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass er auch selber lautern verlassen will, um einfach rein sportlich gesehen den nächsten Schritt zu machen. Auf lauterer Seite ist es wie gesagt natürlich nicht verkehrt, so ein Backup zu haben. Aber auch hier sind halt die Einsatzzeiten so gering, dass man sich möglicherweise eher noch nach einem anderen Spielertypen umschauen wird für diese Position im nächsten Sommer. Ich glaube, dass auch Dominik Schad lautern verlassen wird. Nächster Spieler und auch das ist ein Außenverteidiger und der heißt Hendrik Zuck. Der spielt ja bereits seit 2018 für Lautern, hat somit im Trikot der Roten Teufel schon sehr, sehr viel erlebt und ist mittlerweile 32 Jahre alt. Hendrik Zuck ist ja jemand, der sozusagen auch so ein bisschen aus der Jugend stammt, hat ja damals in der zweiten Mannschaft den Sprung ins Profiteam geschafft und ist dann zum SC Freiburg gewechselt und ist damit natürlich auch ein Spieler, der sehr verbunden ist mit dem Verein. Und generell ist man ja bei Lautern immer wieder auf der Suche nach Spielern, die auch eine gewisse Verbundenheit zu der Region haben. Und das passt natürlich mit Hendrik Zuck sehr, sehr gut zusammen. In Liga 3 war er ja noch absoluter Stammspieler, aber auch in Liga 2 spielt er mit seiner Erfahrung eine gute Rolle. 14 Spiele gemacht, 4 Tore sogar aufgelegt. Das ist bis hierhin eine gute Saison von Hendrik Zuck. Und deswegen ist für mich auch eine Sache klar, so einen Spieler solltest du auf jeden Fall halten. Denn in der nächsten Saison, und da wird man ja höchstwahrscheinlich wieder in der zweiten Liga spielen, ist natürlich dann noch so ein bisschen die Frage, wie wird man dort performen. Man spricht ja auch in der Bundesliga immer wieder davon, für den Aufsteiger ist das zweite Jahr deutlich schwerer als das erste. Vielleicht wird das bei Lautern auch so sein und dann kann es natürlich nicht schaden, so eine Stütze wie Hendrik Zuck auch weiterhin zu haben. Somit mein Vorschlag, Vertrag verlängern, möglicherweise auch dann erstmal nur um ein weiteres Jahr. Da wird man meiner Meinung nach nahezu gar nichts mit falsch machen. Nichts falsch gemacht hat man auch im Winter mit dem Transfer von Nikolaj Rapp. Das ist meine klare Meinung. Bereits im vergangenen Sommer war man ja an ihm interessiert. Man wollte auch im Winter einen neuen Sechser holen. Nikolaj Rapp ist es geworden, der die zweite Bundesliga in und auswendig kennt und im Defensivzentrum auch noch flexibel einsetzbar ist. Zudem ist er als gebürtiger Heidelberger gar nicht mal so weit weg aufgewachsen vom FC Kaiserslautern, von der Region Kaiserslautern, was sicherlich auch nicht so verkehrt ist. Und auch er ist so ein Spieler, der finde ich einfach sehr, sehr gut zum FCK passt. In der zweiten Liga hat er bislang dreimal gespielt, sowohl mal in der Startelf gestanden, sowohl mal als Joker gekommen. Und das wird sich aber sicherlich im Laufe der Rückgründe noch weiterentwickeln. Ich glaube schon, dass Rapp reichlich Spielpraxis bekommt. Es gibt aber natürlich rein vertraglich gesehen keine Kaufoptionen. Auch Werder Bremen hat ja im Rahmen der Leihe angekündigt. Man will dann erstmal gucken, wie sich Rapp so macht und dann im Sommer vielleicht nochmal entscheiden, ob man ihn an der Weser behalten möchte. Kaisers aber auch, sein Vertrag in Bremen läuft dann nur noch ein weiteres Jahr. Und ich glaube nicht daran, dass er beim SVW eine wirkliche realistische sportliche Perspektive hat. Dafür war noch einfach seine Einsatzzeiten bereits in Liga 2 unter Ole Werner deutlich zu gering. Somit besteht auf jeden Fall schon die Chance, ihn im Sommer auf jeden Fall weiter zu haben. Da ist halt so ein bisschen die Frage des Finanziellen. Ich glaube schon, dass Lautern rein sportlich gesehen mit die attraktivste Adresse sein kann für Nikolai Rapp. Ich sehe ihn jetzt nicht zwingend als Stammspieler bei einem anderen Top 8, Top 7 Verein der aktuellen 2. Liga. Deswegen kann das für ihn sicherlich sportlich schon sehr interessant sein. Bei einem Marktwert von 800.000 Euro muss man natürlich auch schon ganz klar sagen, da muss mit Bremen richtig gut verhandelt werden, um da einen deutlich günstigeren Preis zu bekommen. Ist das möglich, dann kann ich mir auch ein Verbleib von Nikolai Rapp beim 1. FC Kaiserslautern sehr, sehr gut vorstellen. Und nun blicken wir nochmal auf meine Übersicht. Verbleib ja oder nein? Wer bleibt beim FCK? Wer könnte Lautern verlassen? Grünes Häkchen, sprich, wer auf jeden Fall bleiben sollte, meiner Meinung nach, ist Kevin Kraus. Alles andere würde mich da verwundern. Ähnliche Geschichte für mich auch bei Hendrik Zuck. Zwei erfahrene Säulen, die schon lange dabei sind. Solche brauchst du auch in der kommenden Saison. Bei Jonas Weyand habe ich ja schon angerissen, wie da meine Planung so wäre. Vielleicht plant man da auch ganz anders, aber ich würde ihn auf jeden Fall nochmal behalten und dann möglicherweise in eine höhere Liga verleihen. Wackelig und fraglich ist es auf jeden Fall bei den beiden Leihspielern. Nikolai Rapp und Robin Bormuth. Zwei Akteure, die beide durchaus erfahren sind in Liga 2, die die Defensive sicherlich sehr stabilisieren können, aber eben auch nicht so krass günstig wären. Mal gucken, was man da im Sommer aushandeln könnte. Abgänge wären dann für mich auf jeden Fall die Spieler aus der Kaderbreite mit Hanslik, Kibrit, Klingenburg und Schad. Während es für mich bei Kibrit und Klingenburg ganz klar ist, dass sie gehen, ist es vielleicht bei Hanslik und Schad nochmal eine Überlegung wert, sie vielleicht für die Breite zu behalten. Da würde ich aber auch auf Abgänge zielen und dann nochmal andere neue Spieler hinzuholen. Und wie ich ja schon am Anfang des Videos gesagt habe, könnte es natürlich aber auch noch sein, dass weitere Verträge auslaufen. Das will ich hier auch gar nicht ausschließen. Man hört eben dann relativ wenig bei manchen Spielern, wie lange zum Beispiel der Vertrag bei einem Andreas Lute läuft oder anderes Beispiel, ein Erik Durm, ein Philipp Klement. Das sind vielleicht Spieler, genauso wie möglicherweise Nicolas Deprivile, der erst im Winter gekommen ist, die vielleicht auch einen auslaufenden Vertrag haben. Kann ich nicht genau sagen, da wisst ihr als Lautern-Fans sicherlich mehr. Aber ich habe jetzt mal bewusst Diener und Spieler rausgesucht, wo es auf jeden Fall laut Medien so ist, dass die Verträge am Ende der Saison enden, um da schon mal einen ganz guten Überblick zu geben, wie die Planungen sein könnten. Und jetzt interessiert mich nochmal eure Meinung. Welchen Spieler würdet ihr bei Lautern auf jeden Fall behalten, welchen Vertrag verlängern? Und wo würdet ihr sagen, ja, da macht es dann doch schon mehr Sinn, ihn abzugeben? Schreibt das mal gerne in die Kommentare, schaut auch gerne weitere Teams vor für dieses Format und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal.